Richard Rorty gehört zweifellos zu den wichtigsten Philosophen der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um ihn geht es jetzt. Ich will euch einen Aspekt seiner Philosophie vorstellen, den ich persönlich hochinteressant finde und darüber hinaus auch in der Praxis sehr hilfreich. Es geht nicht zuletzt um die Frage, was Wahrheit eigentlich ist. Natürlich spielt Wahrheit im Kontext von Wissenschaft und Philosophie eine große Rolle, aber welche Bedeutung hat all das in einem gesellschaftlichen Kontext? Rortys kritische Sicht der Philosophie stellt bis heute eine große Herausforderung für viele konventionelle philosophische Theorien dar. Vieles davon hat Rorty in seinem letzten Buch dargestellt, das gerade auf Deutsch erschienen ist. Vor allem aber hat er es in seinen berühmten Page-Barber-Vorlesungen aus dem Jahre 2004 auf den Punkt gebracht, die unter dem Titel Philosophy as Poetry veröffentlicht wurden, aber leider bislang noch nicht auf Deutsch übersetzt wurden. Rorty geht es dabei unter anderem darum zu zeigen, wie wichtig Alltagserfahrungen und wie entscheidend Literatur und Poesie für unser gelingendes Leben, vor allem für unser Zusammenleben sind. Sie sind nicht nur, wie oft behauptet, reine Mittel der Erbauung, sondern stellen eine primäre und wichtige Form des Denkens dar, die uns überhaupt erst dabei hilft, besser zu leben. All das schafft in gewisser Weise also eine Verbindung der Philosophie mit dem klassischen Bildungsroman und tatsächlich spricht Rorty von der Philosophie als einem bildenden Diskurs. Und er besteht darauf im Wissen, dass Literatur und Poesie sowohl von der akademischen Philosophie wie von der Naturwissenschaft natürlich eher abschätzig beurteilt und entsprechend auch aus den Universitäten gedrängt wurde. Rorty wurde 1979 schlagartig berühmt durch sein Buch Der Spiegel der Natur. Dieses Buch ist bis heute ein Meilenstein der Philosophie und bahnbrechend, insofern es mit einer jahrhundertelangen Tradition brach, die sich auf René Descartes bezieht. Vereinfacht gesagt zeigt Rorty in diesem Buch, dass wir, und zwar anders als es Descartes geglaubt hat, weder Körper und Geist klar voneinander trennen können, noch genau wissen können, was Körper und was Geist ist. Vor allem aber ist eine weitere Frage unbeantwortet geblieben, nämlich warum und auf welche Weise, geheimnisvolle Weise, es unserem Bewusstsein, diesem ominösen Geist, wie Descartes nannte, überhaupt gelingen kann, die Wirklichkeit in Begriffen und Theorien richtig abzubilden. Wie geht denn das? Denn genau so als Abbild stellten und stellen sich ja viele Philosophinnen und vor allen Dingen auch Wissenschaftlerinnen bis heute wahre Aussagen vor. Wenn es also darum geht zu erklären, wie unser Geist in Aussagen, in Sprache, in Formulierungen die Wirklichkeit erfasst, spielt diese Metapher vom Geist als Spiegel eine ganz dominante Rolle. Wissenschaft, so die weit verbreitete Vorstellung, ist ja in gewisser Weise nur die Methode, diesen Spiegel des Geistes aufs Beste zu putzen, den Grauschleier der Illusion zu beseitigen und die Wirklichkeit ins Bewusstsein und die Sprache zu lassen. Nur wie geht das? Dieses Bild des Spiegels ist eine völlig falsche Vorstellung, argumentiert Roddy in seinem Buch Der Spiegel der Natur. Es dient dazu, eine weitere Illusion zu erzeugen, nämlich die, man könne etwas völlig rein und objektiv abbilden, um dann in einem nächsten Schritt eine andere Theorie oder einen Begriff daneben zu halten und dann sagen zu können, wie gut denn eine Aussage mit der anderen da übereinstimmt und wahr ist. Das Objektive wäre dann das perfekte Abbild der Realität, wobei völlig ungeklärt bleibt, wie diese Realität überhaupt zum Beispiel in der Sprache abgebildet werden kann. Roddy hat meiner Ansicht nach glasklar und unwiderlegbar gezeigt, dass es weder einen solchen Spiegel gibt, noch eine Trennung von Körper und Geist, wie Descartes sie sich vorgestellt hat. Was aber rückt dann an deren Stelle? Na ganz einfach, sagt Roddy, dass wir uns miteinander über die Wirklichkeit unterhalten, dass wir unsere Sprache benutzen und dass wir das tun, ist Teil einer sozialen Praxis, einer Lebensform, die uns verbindet. Wahrheit ist also kein sagenhafter Zugang zu einer sonst uns verborgenen Welt da draußen, sondern etwas, das wir innerhalb unserer sozialen Praxis ausloten und machen. Roddy behauptet also, dass Philosophie in gewisser Weise eine Art von literarischer Praxis ist und tatsächlich haben Philosophinnen ja immer wieder neue Begriffe gefunden, die dann ihre Zeit geprägt haben. Und der Begriff des Objekts an sich, den Kant erfunden hat, ist ein solcher Begriff. Aber auch Physik, Medizin und andere Naturwissenschaften erfinden laufend neue Begriffe, um zu versuchen, dieses Chaos der Wirklichkeit und der Wahrnehmung mithilfe von Sprache zu ordnen. Nun wird in der Philosophie anders und vielleicht heftiger noch als in der Literatur gestritten über die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Erzählungen oder Novellen. Und doch sind wir es, die im Streit etwa darüber, was der Mensch nun ist, Begriffe und Argumente erfinden und über sie debattieren. Und Widersprüche sind dabei ein wesentliches Moment, nicht nur dieses Streits, dieses Arguments, sondern auch des Lebens und der Begriffe selbst. Wir entwickeln sie aber immer natürlich in einem bestimmten sozialen Kontext, um uns auf diese Weise selbst unsere Meinungen, unsere Argumente besser zu verstehen, sie auszubauen, zu veranschaulichen, zu rechtfertigen und manchmal auch zu kippen und abzuschaffen. Insofern ist Philosophie und damit endet Reutigs Buch der Spiegel der Natur auf fundamentale Weise Bildung. Philosophinnen tragen als erfahrene, solidarische, im Idealfall auch kluge Gesprächspartnerinnen dazu bei, all diese Ideen, Meinungen, Begriffe, die für unseren Alltag und für unser Leben von Bedeutung sind, zu klären. Und die Kraft der Widersprüche und die Fremdartigkeit der Diskurse helfen uns dann, Zitat Rorty, aus unserem alten Selbst herauszuführen und dazu beizutragen, dass wir andere Wesen werden, uns also verändern. Und das nennt er bildenden Diskurs. Philosophinnen beteiligen sich aktiv an alltagsrelevanten Diskursen. Um zu verhindern, sagt er ausdrücklich, dass unser Denken zu einem Tauschmarkt für Ideen verkommt. Stattdessen hilft Denken und helfen Philosophinnen dabei, unseren Horizont zu erweitern, sich zu lösen von Traditionen, neue Abenteuer auch einzugehen und neue Denkwege zu beschreiben, die uns dann dabei unterstützen, auch gesellschaftlich neue Wege zu gehen, Transformationen durchzuführen. All das verbindet also Philosophie mit Literatur, zum Beispiel mit dem Bildungsroman. In der Philosophie geht es also nicht darum, eine von uns unabhängige Realität, die wir dann möglichst auch noch das Sein in Großbuchstaben nennen, möglichst ohne Diskurs irgendwie objektiv abzubilden, im Idealfall noch zu fotografieren, also in Sprache zu repräsentieren. Philosophie ist vielmehr ein die Gesellschaft bildender Diskurs, in dem auch, aber nicht nur, die Idee der Wahrheit eine Rolle spielt. Um Rortys Denken, vor allen Dingen hier in Philosophy as Poetry, besser zu verstehen, ist es wichtig, neben seiner Kritik an dieser Spiegelmetapher noch eine weitere Tradition zu kennen, die er aufgenommen und weiterentwickelt hat, nämlich den amerikanischen Pragmatismus. Der Begriff des Pragmatismus jetzt, der wurde 1898 von dem Psychologen und Philosophen William James und von dem Mathematiker und Philosophen Charles Sanders Peirce eingeführt. Grob kann man laut Peirce sagen, dass das zentrale, neue Thema des Pragmatismus mit der Frage zu tun hat, wie wir überhaupt Wissen generieren, wie Wissen entsteht. Denn wir stellen ja aktiv Wissen her, das dann praktische Effekte oder wie William James sagen würde, Konsequenzen in unserem Handeln hat. Das Herzstück des Pragmatismus, schreibt Rorty, ist die Ablehnung der Vorstellung, dass wahre Überzeugungen genaue Darstellungen der Realität sind. Im Zentrum der Romantik steht die These vom Vorrang der Einbildungskraft vor der Vernunft. Und beide Bewegungen reagieren gegen die Vorstellung, dass da draußen etwas nichtmenschliches sei, mit dem der Mensch in Kontakt treten muss. Soweit Zitat. Also insofern handelt es sich beim Pragmatismus um eine Philosophie, die zu verstehen versucht, wie das Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit gestaltet ist. Und das in einer doppelten Hinsicht. Denn zum einen geht es um die komplexe Beziehung der spezifischen Tätigkeit, also der Wissenschaftsproduktion zur Wirklichkeit. Und wie diese Wissensproduktion eigentlich geschieht, analysiert man am besten im Kontext der Wissenschaften. Zum anderen aber geht es um die vielfältigen Formen des Handelns, die sich im Kontext, also im Zusammenhang unserer unterschiedlichen Lebensformen entfalten. Und genau aus diesem Grund ist Pragmatismus immer pluralistisch. Denn er geht von der realen Vielfalt der Wirklichkeit und der realen Pluralität der Menschen und ihrer Perspektiven hervor. Wissen ist so plural, wie es die Handlungen im Umgang mit der Natur sein können. Und um dieses Handeln geht es Rorty, zu handeln und zwar als Philosoph. Und Philosophinnen weigern sich ja nicht selten, das bereits etablierte Spiel, das alle spielen, mitzuspielen. Rorty denkt wie Hannah Arendt von der faktischen, also tatsächlichen Pluralität, der Vielfalt der Menschen, der Vielfalt ihrer Perspektiven, Handlungsweisen und Lebensformen her. Und deshalb richtet sich Rorty auch dagegen, dass es nur eine Stimme geben soll. Und das ist dann im Grunde genommen die Stimme des absolutistischen Monarchen. Die autoritären sozialen politischen Strukturen finden also eine Entsprechung im Bereich der Erkenntnis. Denn dem absoluten Monarchen, der alles bestimmt, ähnelt die Idee, es gäbe eine absolute Wahrheit, die sich nur in diesem klaren königlichen Spiegel zeigt. Alle anderen irren einfach und werden, so wie alle Untertanen, mit ihren Vorstellungen abgewiesen. Rortys Frage als Pragmatist lautet natürlich, okay, es gibt Wahrheit, aber wozu ist Wahrheit überhaupt gut? Was machen wir, wenn wir versuchen herauszufinden, ob etwas wahr ist? Wahrheit fällt ja nicht vom Himmel. Und sie reflektiert sich auch nicht in diesem königlichen Spiegel irgendwie im menschlichen Bewusstsein, auch wenn manche das immer noch glauben wollen. Rorty war ja Atheist. Für ihn gibt es keine absolute Offenbarung, aber auch kein absolutistisch absolutes Blankputzen eines Spiegels, den nur der König besitzt. Also die Physik oder wer auch immer dann gerade der König ist. Es gibt überhaupt keinen Spiegel, sagt er. Das Bild vom Spiegel suggeriert, dass es eine absolute Wahrheit unabhängig vom Betrachter gibt. Eine Wahrheit, die doch immer nur ein Abbild, man könnte auch sagen, ein Abklatsch der realen Wirklichkeit ist. Und damit wird die absolute Wahrheit zu einer für uns unerreichbar bleibenden Realität. Sie bleibt so ein Ding an sich, statt auch ein Ding für uns zu werden, mit dem wir dann umgehen können, wie mit anderen Aspekten unserer Wirklichkeit, die wir im wörtlichen Sinne begreifen können. Warum sollten wir Wahrheit weniger begreifen können, als eine Tasse Kaffee, die wir zum Mund führen? Die Idee des Absoluten, das unabhängig von uns irgendwo in einem Ideenhimmel existiert und angeblich eine nichtmenschliche Wahrheit ist, das Ding an sich, eine uns verborgene Natur, die dann auf mysteriöse Weise irgendwie in den Spiegel unseres Bewusstseins fällt, all das lässt unsere Erkenntnisarbeit, all dieses Abrackern und schließlich auch uns selbst, hässlich, völlig unzureichend und ungenügend erscheinen. Natürlich unterscheiden wir im Alltag zwischen der scheinbaren Farbe eines Dings und seiner wirklichen Farbe, zwischen milchfreier Sahne und echter Sahne oder zwischen nachgemachten Rolex-Uhren und echten Rolex-Uhren. Aber nur Philosophen fragen, ob echte Rolex-Uhren auch wirklich echt sind, schreibt Rorty in Philosophy as Poetry. Zitat, nur Philosophen nehmen Platos Unterscheidung zwischen der Realität mit einem großen R und der Erscheinung mit einem großen E ernst. Wir sollten unser Bestes tun, um sie loszuwerden. Dann würden wir uns nicht mehr fragen, ob der menschliche Verstand oder die menschliche Sprache in der Lage sind, die Wirklichkeit richtig wiederzugeben. Wir würden aufhören zu denken, dass einige Teile unserer Kultur mehr mit Realität in Berührung kommen als andere. Zitat Ende. Und das hat Konsequenzen. Wir würden nämlich aufhören, das, was wir erkennen, mit etwas Unmenschlichem zu vergleichen, einer Wirklichkeit da draußen. Und stattdessen beginnt, Zitat Rorty jetzt wieder, unsere Art, Mensch zu sein, mit anderen, besseren Arten zu vergleichen, die vielleicht eines Tages von unseren Nachkommen übernommen werden. Wenn wir unsere Vorfahren herablassend behandeln, würden wir nicht sagen, dass sie weniger mit der Realität in Berührung kommen als wir, sondern dass ihre Vorstellungskraft begrenzter war als unsere. Wir würden uns damit brüsten, dass wir über mehr Dinge sprechen können als sie. Und deshalb räumt Rorty mit dem Elan von Nietzsche und dem erzieherischen Anspruch eines anderen Pragmatisten, nämlich John Dewey, mit den Vorstellungen solcher Hinterwelten auf. Es gibt für ihn weder einen Gott noch eine letzte, aber unerreichbare moralische Autorität, auch keine absolute Erkenntnis oder Repräsentation der Wahrheit. So, jetzt fragt ihr vielleicht, ja, und was bleibt dann übrig? Etwas sehr lebenspraktisches. Statt weiter unerreichbare Ziele zu verfolgen, rät Rorty dazu, und sowohl in der Erkenntnistheorie wie in der Moral und der Organisation auch unseres politischen Lebens vom falschen Pathos absoluter Wahrheit und so weiter zu befreien. Es wird Zeit für uns, was er ein nachkantisches Erwachen, eine neue Aufklärung nennt. Ein Video zu diesem Thema findet ihr hier. Wahrheit und Moral stehen nicht fest, sagt Rorty. Sie sind etwas, das wir erst aushandeln müssen. Wahrheit und all das ist nicht einfach irgendwie da draußen und fest wie ein Apfel am Baum, der darauf wartet, gepflückt zu werden. Rortys Erkenntnistheorie ist pragmatisch. Die Äpfel reifen nicht nach irgendeinem magischen Prinzip. Wir sind sozusagen, die sie reifen lassen und für reif erklären. Pragmatische Erkenntnistheorie bezieht unsere sozialen Praktiken des Schlussfolgerns und Rechtfertigens mit ein und damit all das, was wir tun. Aus diesem Grund können wir uns durch Philosophie ändern und uns auch transformieren. Und damit ist der Kontext die Perspektive abgesteckt, innerhalb derer wir philosophieren. Das heißt nämlich, etwas mit Philosophie machen. Und wenn Rorty recht hat, dann sind die Grenzen unserer Philosophie und aller Metaphysik oder Ontologie, das ist die philosophische Lehre vom Sein, zugleich auch die Grenze unserer Poesie und unserer Literatur. Es sind die Grenzen dessen, was wir überhaupt mit Worten sagen oder erfinden können. Denn mithilfe der Sprache ordnen wir ja die Dinge, unsere Welt und selbst. Meine Hypothese, schreibt Rorty in Philosophy as Poetry, warum die Ontologie nach wie vor so beliebt ist, ist die, dass wir immer noch nicht wahrhaben wollen, dass die poetische Vorstellungskraft die Grenzen des menschlichen Denkens setzt. Der Kern des Streits der Philosophie mit der Poesie ist die Angst, dass die Vorstellungskraft bis ganz nach unten, ich würde sagen, bis in die Wurzeln reicht und dass es nichts gibt, worüber wir sprechen, was wir nicht auch anders hätten sagen können. Zitat Ende. Also die Angst besteht darin, dass Philosophie so eine Art von Dichtung ist und wie die Dichtung durch und durch ein Werk unserer Vorstellungskraft. Und dagegen wehren wir uns, indem wir behaupten, wir können doch ganz klar zwischen Sein und Schein unterscheiden und objektive Wahrheiten feststellen. Naja, wir können doch unterscheiden, aber die Unterscheidung zwischen Schein und einer angeblich völlig objektiv erkannten Wirklichkeit, die hilft uns nicht. Sie ist nämlich nutzlos, solange wir überhaupt nicht erklären können, wie wir überhaupt zu einer solchen objektiven Wirklichkeit gelangen und sie tatsächlich auch erkennen können. Und tatsächlich erkennen wir immer etwas mit Hilfe der Sprache. Poesie und Philosophie sind also nicht Wege, Wirklichkeit neu zu erkennen, sondern auch uns neue Möglichkeiten des Menschseins vorzustellen, wenn wir es auf uns jetzt beziehen. Insofern sollte die Geschichte des menschlichen Erkenntnisfortschritts nach Rorty nicht als eine Geschichte erzählt werden, in der wir der Wahrheit immer näher kommen. Denn wir wissen ja weder, wie das funktioniert, noch können wir je sagen, wie nah wir denn eigentlich angeblich gekommen sind. Stattdessen sollten wir vom Fortschritt erzählen, indem wir erläutern, wie wir immer wieder neue und vergleichsweise dann auch bessere Wege gefunden haben und weiterhin neu erfinden, um uns selbst und unsere Welt anders und im Nachhinein besser zu verstehen. Und selbst sozialer Fortschritt hat mit der Veränderung unserer Vorstellungskraft zu tun. Wir müssen uns die andere Gesellschaft vorstellen und deshalb beschreiben wir sie auch anderen Menschen in Sprache und argumentieren. Rorty rät daher, skeptisch zu bleiben gegenüber allen Philosophien, die die ewige Wahrheit in einem verbalen Geschwurbel suchen und wie vernarrt sind in etwas Numinoses, also Unsagbares, Mysteriöses. Am Ende geht es ganz pragmatisch darum, sagt er, gemeinsam besser zu leben und unser Mitgefühl füreinander zum Tragen kommen zu lassen. Philosophie wäre ohne die immer wiederkehrenden Hinweise auf das sagenhafte Numinose besser dran, schreibt Rorty. Und deshalb sollten wir dem Alltäglichen größere Aufmerksamkeit schenken und uns fragen, wie wir zum Beispiel mehr Chancengleichheit erreichen, einen faireren Zugang, einen gerechteren Zugang zu den Vorteilen einer wahrhaft liberalen, säkularen Demokratie. Und jetzt? Wer philosophieren will, muss mit Philosophie etwas tun und leben. Unser Irrtum bestand nach Rorty darin, zu glauben, dieses Jonglieren mit Begriffen würde uns einen besseren, privilegierten Zugang zur Wirklichkeit verschaffen. Als könnten wir zum Beispiel mit der Philosophie so eine Art Tunnel graben, um hinüber zu gelangen in dieses sagenhafte Drüben und würde sich dann am Ende des Tunnels eine Türe öffnen und wir würden, mit Heidegger gesprochen, durchs Haus der Sprache geradewegs auf die Lichtung des Seins mit Y geschrieben geführt. Philosophie ist kein solcher geheimen Tunnel, denn es gibt keinen geheimen Tunnel. Aber Philosophie kann Dinge gerade rücken, so wie Literatur oder Poesie oder Wissenschaft auf ihre Weise Dinge gerade rücken können. All diese Aktivitäten können uns bilden, sie können uns verändern, indem sie uns helfen, die Perspektive zu ändern, auch zum Beispiel die Perspektive anderer Menschen besser zu verstehen, wie in der Literatur. Und dann im Anschluss auch anders zu handeln. Das ist die Kraft der Philosophie. So wie ich es sehe, schreibt Rorty in Philosophy as Poetry, sollten Ausdrücke wie Schwerkraft oder unveräußerliche Menschenrechte nicht als Begriffe von Entitäten, also Wesenheiten, betrachtet werden, deren Wesen geheimnisvoll bleibt, sondern als ein Geräusch und Zeichen, deren Verwendung dann durch unsere Arbeit zu größeren und besseren sozialen Praktiken geführt hat. Der intellektuelle und moralische Fortschritt besteht nicht daran, sich einem Ziel zu nähern, sondern die Vergangenheit zu übertreffen, also man könnte sagen, besser zu werden. Die Künste und Wissenschaften verbesserten sich im Laufe der Jahrtausende, weil unsere genialeren Vorfahren nicht nur mit Samen, Lehm und Metallärzen, sondern auch mit Geräuschen und Zeichen, mit Sprache, neue Dinge anstellten. Was wir als Wissenszuwachs bezeichnen, sollte nicht als vermehrter Zugang zum Realen betrachtet werden, sondern als vermehrte Fähigkeit, Dinge zu tun und an sozialen Praktiken teilzunehmen, die dann ein reicheres und erfüllteres menschliches Leben ermöglichen. Dieser gesteigerte Reichtum ist weder der Effekt einer magnetischen Anziehungskraft, die das wirklich Reale auf dem menschlichen Geist ausübt, noch die angeborene Fähigkeit dieses Geistes, den Schleier des Scheins zu durchdringen. Es handelt sich vielmehr um eine Beziehung zwischen der menschlichen Gegenwart und der menschlichen Vergangenheit, nicht um eine Beziehung zwischen dem menschlichen und dem nichtmenschlichen. Soweit Rorty und ich hoffe, ihr habt Geschmack gefunden an seiner Idee, dass es eben keinen besonderen Zugang zum Geheimnisvollen gibt, das irgendwo da draußen ist. Für Rorty ist Wahrheit keine Eigenschaft mentaler Zustände und weder der alleinige Gegenstand theoretischer Philosophie noch der alleinige Gegenstand von Wissenschaft. All diese Disziplinen fragen auf ihre unterschiedliche Art und Weise nach der Richtigkeit ihrer Behauptungen und sie haben auch ihre Berechtigung. Aber Wahrheit meint ein Geschehen. Wahrheit ist nämlich eine Praxis. Insofern ist Philosophie zwar Arbeit an Begriffen, aber als solche Arbeit immer eben auch Teil einer sozialen Praxis. Und das sollte vor lauter akrobatischer Begriffsjonglierei und Begeisterung über Begriffsjonglierei nicht wieder vergessen werden. Und Tschüss.